Babelsberg gegen Jena, das wäre in der frühen Saisonphase ein echtes Topspiel gewesen. Jetzt hieß es der Siebte gegen den Neunten. Beide haben zuletzt einiges an Punkten liegen lassen. Der FC Kassels Jena mit Henning Bürger, dem neuen Trainer. Es sind schon neun Punkte Rückstand auf den Tabellenführer aus Erfurt. Der SV Babelsberg mit zwei Niederlagen in Folge. Und das Team von Markus Ziescher hatte auch in der Anfangsphase dieser Partie so seine Probleme. Denn Jena in Weiß kam besser hinein in dieses Spiel. Maximilian Kraus sehr agil auf dem linken Flügel. Die dritte Minute, der Pass in Zentrum. Da ist Verkamp und da ist Klatte im Tor. Der Babelsberger Pascal Verkamp, einer von 4,9 in der Startformation des FC Kassels. Mit dieser Riesengelegenheit hier in der Anfangsphase von Klatte gut verteidigt. Die 16. Minute Jena am Drücker. Der Pass rutscht durch auf Maximilian Kraus. Der für Verkamp und da ist Dedides. Auch der war neu in der Startformation. Vasileos Dedides verkamp. Diesmal als Vorbereiter. Kraus leitet das Ganze ein. Und aus dieser Möglichkeit, da muss Dedides natürlich mehr machen. Es dauerte fast 20 Minuten bis zum ersten gut vorgetragenen Babelsberger Angriff. Schmidt ins Zentrum. Das ist Steinborn und Endualo. Glück hier für den FC Carl Zeiss. Jena Endualo mit der ersten Möglichkeit für die Babelsberger. Aber insgesamt Jena in Halbzeit 1 das bessere Team. Kraus. Wieder leitet er ein. Dedides. Und da lauert Mujomo. Der Notzugang aus Rathenow hat da alle Zeit der Welt. Nach der Flanke von Vasileos Dedides kann er sich die Ecke aussuchen. Verfehlt das Tor von Klatte. Allerdings relativ deutlich. Zehn Minuten vor der Pause. Einwurf Carl Zeiss Jena. Aber Babelsberg mit der Balleroberung. Und mit Endualo. Endualo mit dem Ball ins Zentrum. Da lauert Steinborn mit dem Rücken zum Tor. Das macht er artistisch. Alexios Dedides, der Bruder des Stürmers, der wieder Kunz vertrat. Zwischen den Pfosten hat aufgepasst. Steinborn hier mit der Hacke am Ball. Mit 0 zu 0 ging es in die Pause vor 2860 Zuschauern im Karliebknecht-Stadion von Babelsberg. Und die Gastgeber kamen besser aus den Kabinen. Babelsberg druckvoll zu Beginn der zweiten Halbzeit. Dedides da unter Druck gesetzt. Endualo ist da. Wird angeschossen vom Torhüter Jena hier im Glück. In Chemnitz hatte Carl Zeiss alle vier Gegentore nach Standardsituationen kassiert. Diesmal waren sie aufmerksamer. Knappe Stunde rum. Ecke Gladro und wieder Alexios Dedides im Tor des FC Carl Zeiss Jena. Babelsberg überlegen 72 Minuten vorbei. Endualo auf dem rechten Flügel. Flanke zunächst noch geklärt von den Jenaensern. Da ist Wegner. Wegner zieht nach innen. Der Ball allerdings deutlich über das Tor. Beste Phase des Teams von Markus Ziesche. Von Jena kam offensiv nicht mehr allzu viel. Wenn mal einer etwas zeigte, dann war es Maximilian Kraus mit seinem Antritt. Vorbei hier an Wilten. Aber der Pass ins Zentrum, der muss natürlich präziser kommen. Elf Minuten vor dem Ende. Fehlpass von Babelsbergs Kapitän Danko. Mu Yomo und da ist wieder Kraus. Maximilian Kraus findet keine Anspielstation. Zieht ab aus 18 Metern. Klatte auf dem Posten. Im Stadion hatten sich alle mehr oder weniger schon mit einem 0 zu 0 abgefunden. Die 87. Minute. Verkamp. Verkamp mit dem Auge für Maximilian Kraus. Da lauert noch keine große Gefahr. So meint man. Aber Kraus, der wirft den Togo an. Kraus im Strafraum. Kraus 1 zu 0. Carl Zeiss Jena. Maximilian Kraus hatte viel Verletzungspech in dieser Saison. Noch keine Torbeteiligung. Aber jetzt trifft er entscheidend zum 1 zu 0 für den FC Carl Zeiss. Das war natürlich nicht gut verteidigt von den Babelsbergern. Zunächst die Spielverlagerung hier von Verkamp auf Kraus. Ngatti, der kommt deutlich zu spät. Wegner kann Kraus nicht stoppen. Und dann ist auch Klatte im Tor ohne Chance. Feine Einzelaktion von Maximilian Kraus. Er entscheidet das Spiel in Potsdam-Babelsberg. Ich habe wie immer daran geglaubt. Ich habe an die Mannschaft geglaubt. Wir alle haben an uns geglaubt. Wir wollten den Sieg. Und sehr, sehr gut, dass es dann am Ende auch geklappt hat. Wir sind fleißig. Wir bereiten uns mit offensiven Aktionen auch Angriffe vor. Aber diese finale Aktion, diese gute, einfache Aktion zum Torabschluss, die hat uns auch heute wieder gefehlt. Aber wir haben uns schon in der Halbzeit dann auch genau auf diese Sachen fokussiert. Und haben gesagt, dann ist es halt die siebte, achte Chance. Darauf müssen wir hinarbeiten. Und genauso kam es. Und ich freue mich für den Maxi Kraus besonders. In der ersten Halbzeit war Jena besser. In der zweiten Halbzeit war wir besser. Und dann hat man sich eigentlich auch darauf eingestellt, dass es eigentlich auch ein gerechtes 0-0 gewesen wäre. Aber in so ein Spielen zählen halt auch die Kleinigkeiten. Und die Kleinigkeiten gehen dann bei uns los, dass wir dann halt die Spielverlagerung zum Beispiel nicht zulassen. Und natürlich auch individuelle Qualität. Also dass Kraus gegen zwei Leute durchgeht und dann den Ball reinschweißt, ist auch seine Qualität. Aber das können wir vorher schon verhindern, indem wir dann den Ball gewinnen oder halt ein V-Spiel dann machen. Jena nimmt drei wichtige Auswärtspunkte mit nach Hause und empfängt am kommenden Spieltag Lok Leipzig zum Traditionsduell.